hey was ist das denn für ein dreck dieses decks hier kommen wir ja immer wieder intus da war ja jetzt kriegst du aufs maul auf volle möhre hat noch irgendjemand so tun kleid das augen so kleid im blau das licht und trauerschneider effekt jetzt kriegst du auf dem maul na warte das ist nicht so dass ich mich doch hier nicht verarschen mal an ich muss auch dass ich erstmal weg gehen wir auf aber zum teufel alter weg na warte jetzt geht es gleich auf war voll geil machten ausgesucht und der wechselt mal er tut das hier ist 1 nummer da kann auch schon wieder so eingestellt jetzt hat er das schon viel besser ich finde es schön nix da sehr schön bleibt schön hier oben da kann man ja voll schieben hier im spiel habe ich dort gefühlt da kann man stehen aber es war dunkelheit angefragt weiß nicht wie er geschaffen zu irgendwie ja wenn ich kann es scheint jetzt nicht wieder da ist auch wind warum müssen halt immer ein garantierter stein aber auch nicht was sagen das ist nervig nervig mein gott war gegen ihr ab eigentlich bleibt nicht stehen ich kann meine kombo ja nicht zu ende führen da auch damit das ist ohne ende nervig glaubt gar nicht da wie lange der ist sowieso scheiße irgendwie treffe ich damit nie du kannst das wagen nein schon wieder stein wenn ich nicht umgedeckt bringt da nichts nicht zaubern du bist nicht gut also du bist gleich weg aber wenn ich jetzt noch verrecken gibt es doch nicht schon ein zwei verwandlungen nur noch und dann sieht es gut aus okay was gemacht man pack schon wieder Zack, hoffentlich frägt er jetzt nicht. Eingelocht. Nee, leider hat nichts mit Basketball zu tun. Slam-Dang, was weiß ich. Irgendwann Basketball. Mein Gott. Ah. Wow, der riesige Dämonenfang. Er ist auch irgendwie offscreen, er ist mit Elvin und Gaius und so gekämpft habe, haben die ihre Dämonenzahnangriff verglichen. Er war richtig gut anzusehen. Au. Elvin hat erst so Dämonenfang eingesetzt, dann kam Gaius direkt mit seinen riesigen Dämonenzahn. Er hat sie ja voll eingeschüchtert gefühlt, ey. Sehr gut. Boah. Kommt nochmal. Vielleicht ja jetzt. So, bitte verreckt. Das gibt's doch nicht. Ey, willst du mich auf den Namen nehmen? Er hat was gar nichts gemacht. So, warte mal. Ich muss mal wieder ausrüsten hier. Normal. Vielleicht bringt's das jetzt. Ja. Da sind doch schon wieder drei. Boah. So, nicht. Auf damit. Ich darf da nur wie ein blöder hier an. Boah, Kana hat. Was sagt sie dazu? Nimm Charge. Ja, super. Wir haben keine Orangen-Kumis mehr, ne? Das ist kacke. Oh, sehr schön. Das hat's gemacht. So, jetzt kommt her. Er hat ja schon wieder drei. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Ich gehe hier nicht weg. Er darf ja nicht hier Erfahrungspunkt um zu regnen, ne? Gibt's doch nicht. Ich hoffe, ich hätte schon gegen die gekämpft haben. Da sind schon wieder drei, was? Wärst du mich verarschen? Ich krieg sie ja nicht weg? Was? Ich krieg sie nicht alle gleichzeitig weg. Der ruft immer neue. Was ist das denn? Ich ko- Hä? Das ist... Ja, was soll ich mir dagegen machen? Ey, wir sind ja am Verrecken. Hört auf. Oh, Mann, ist gut, ist gut, Mann. Alter. Hört mal, geil, hast du... Boah. Ist auch ne Ding, du hast auch ein normales... Du brauchst ein normales. Aber Mann, wir verrecken hier noch im allerletzten Moment. Willst du mich verarschen? Äh. Ja, nimm mal dat hier. Brauchst du, glaub ich. Ey, ist gut. Ich frage hier noch. Hör auf. Was hat das denn für ne Scheiße? Wir wollen hier ja sich immer wieder neu rufen. Das ist jetzt gut, bitte. Nochmal ne Mysticard. Wieso trifft die Umlegenden auch? Aber ich glaub nicht. Das sind schon wieder drei, was? Was ist das denn für ne Verarschung? Die gehen gar nicht weg. Die haben gar nicht aufs Spawn. Mann, was ist das? Oh, wir sind jetzt schon wieder drei. Langsam wird er ein bisschen lächerlich. Oh, wäh? Ah. Langsam kann man das doch mal ein bisschen übertreiben. Warum ist denn da jetzt wieder Abwehr? Warum hat jemand Geios wieder? Ich bin ja vorhin in der Zwickmühle. Ich wollte immer raus. Oh. Das sind schon... Jetzt sind nur noch zwei. Hat der jetzt schon wieder einen gerufen? Wollte schon sagen. Okay, warum wehrt der denn jetzt die ganze Zeit ab? Mann. Ey, leck mich am... So, jetzt haben wir abglaub ich, ne? Du bist tot. So, komm her. Ist doch du, ey. Die Krise. Da sind schon wieder welche. Ich komm nicht mehr hier raus. Und wenn ich flüchte, dann ist das Viech wahrscheinlich wieder da, ne? Also voll die Verarschung. Boah. Vor allem, die bekommen gar keinen Schaden durch den Scheiß. Was ist das denn für eine Kacke? Mann. So, jetzt ist nur noch du. Komm her. Wenn du jetzt noch einen rufst, ne? Die Krise. Boah, darf er nicht wahr sein. Boah, was zum Teufel? Oh mein Gott. Was hat denn für einen Vertreterkampf? Serienzauber. Und jetzt aktivieren wir der Fertigkeit Serienzauber. Kannst du sie zum Werken von Art benötigt, die Zeit abhängend von der Komboanzahl reduzieren? Ja, ich bin ja sehr aufwendig. Einer schon. Boah, was zum Teufel war das für ein Kampf? Die coolen Jungs. Rache. Beschützer und Beschütze. Geschickter Brecher. Oh mein Gott, das war nervig. Wo komme ich denn, wenn ich da hingehe hin? Was ist hier leer? Hä? Wo komme ich denn von da aus? Egal. Gehen wir nach Tricup geben die Mission ab. War schon mächtig, deftig, kacke. Ah, übertrieben. Luftbinden, was? Man war es, ich kann Binden. Okay. Das auch. Ja, Bonusverlängerung 2. Ja, Blitzdingen. Kriege ich irgendwie nicht hin. Das war gar nicht, wie das funktioniert. So, was haben wir hier noch alles? War es schon lang genug, also. Kann man noch ruhig. Ein bisschen dazu draufpacken. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Okay, ich glaube, da tue ich mich im nächsten Part, glaube ich mal aus. Ich weiß nicht, rückwärtsschritt braucht sie nicht, dass ihr könnt sie gebrauchen. Ja, ich mache das aufs Green. Tut mir leid, ich mache das aufs Green. Das ist Zeitverschwindung hier in dem Part. Außerdem kann ich mich nicht immer konzentrieren, was ich machen will und so. Bonze Siegel, yay. Alles klar, 150. No. Okay, was können wir jetzt machen? Okay, er ist dann irgendwie komisch. Ja, Blutka hat irgendwie eine Ahnung, was da vorgeht. Später. So, was haben wir hier bei alles? Ich habe jetzt ein Bonzesiegel, ihr könnt mich mal. Fähigkeitenbuch, Geisterstärker, ja. Lebensstärker, ja. Was im Teufel machen die alle? Egal. Schweinchenohren, kann ich nicht machen. Siegel, hier. Versiegeltes Eternia, ach, kann ich nicht. Ein Wasserband. Ich werde doch wohl irgendwo ein Wasserband kaufen oder herstellen können. Boah, leck mich am Arsch, was war das denn? Mir ist ja gerade vor draußen gefallen. Ich bin voll erschreckt. Ah, ne, ich kann es nicht. Jetzt bin ich voll raus, ey. Versiegelte Wiedergeburt, ein Diamanten. Äh, ja. Wage Lundberg, was? Versiegelter Sturm, Tempest, ne? Hm. Okay. Was haben wir denn alles jetzt hier bekommen? What the fuck did I just buy? Äh. Lebensstärke, ein Buch mit dem Luttgart-Torin zu Fertigkunden Leben erhöhen bekommt. Und Dingens erhöhen. Hey, das kenne ich doch aus Dingens. Was zum Teufel, das sind Waffen aus Tales of Grace SF. Äh. Äh. Eine wahre Kraft bleibt hier doch versiegelt, was? Ach, können Sinn hat irgendwie ultimative Waffen oder so? Ist doch noch stärker als meine. Ja, bitte. Das ist eins von Nutscherts Schwertern aus dem Dingens. Tales of Grace SF. Aber im Moment sind sie noch stärker, mein Gott. Okay, im Wasserband. Wenn wir doch irgendwie herstellen können, glaube ich. Oder? Oder kaufen, was weiß ich. Wasserband. Hübsches Band. Hübsches Band. Wo krieg ich ein hübsches Band her? Wo krieg ich ein hübsches Band her? Ich will ein ganz hübsches Band haben. Leck mich. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt und dann sehe ich mal, was ich in der nächsten Folge mache. Von Let's Back to Zillia 2. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.